11.000 Follower auf LinkedIn. Das habe ich erreicht mit meiner Personal Brand. Mein Name ist Franz Wegner und wie ich das geschafft habe und was du davon lernen kannst, das zeige ich dir in dieser 11.000 Follower Masterclass. Herzlich willkommen. In den letzten zwei bis zweieinhalb Jahren habe ich über 250 Posts abgesetzt auf dieser Plattform, auf dieser Business-Plattform. Ich habe über 11.000 Follower generiert, über 2 Millionen Impressionen gemacht, über 22.000 Likes und über 8.000 Kommentare. Ich zeige dir heute, wie das Ganze für mich funktioniert hat und wie du dir basierend auf diesen Learnings deine eigene Personal Brand aufbauen kannst, damit du dadurch Mitarbeiter, Kunden, Connections, Podcast-Auftritte, Bühnenauftritte auch erreichen kannst, wenn du willst. Das Ganze ist komplett for free. Du findest in der Beschreibung eine PDF-Zusammenfassung von dieser gesamten Masterclass, um alles nochmal nachzuvollziehen, um dir die ganzen Posts, die ich in den letzten zwei Jahren abgesetzt habe und über die ich heute sprechen werde, um die auch nochmal in ganzer Authentizität nachzuempfinden und auch um dieses Dokument vielleicht mit deinen Kollegen zu teilen oder um das auszudrucken, um dir Mitschriften zu machen und was auch immer. Das Ganze ist komplett kostenlos. Wenn du willst, kannst du mir gerne ein Abo dalassen bei YouTube oder folg mir einfach bei LinkedIn, falls dich da genau so ein Content weiterhin interessiert. Ich habe dir heute aus diesen 11.000 Followern, um hier meine Masterclass zu präsentieren, 11 unfaire Wege mitgebracht, wie ich das geschafft habe, wo ich sagen würde, das sind vielleicht Wege, die andere vielleicht nicht so machen möchte. Und ich möchte nochmal sagen, das alles, was ich dir heute zeigen werde, ist nur mein persönlicher Weg gewesen, meine persönliche Journey, wie ich es zu 11.000 Followern geschafft habe. Heißt nicht, dass das die richtige Art und Weise ist, aber es gibt bestimmt ein paar Learnings, die du für dich mitnehmen kannst. Bevor ich zu den ersten Learnings komme, möchte ich einmal über Content allgemein reden, beziehungsweise meine Content-Grundüberzeugungen, damit du verstehst, warum ich diesen ganzen Kram hier überhaupt mache. Ja, also ich bin Franz und ich habe eine Social-Media-Agentur. Ich mache für Unternehmer mit über eine Million Euro Jahresumsatz TikToks. Mein Team und ich werden das Ganze skripten, wir fahren zu den Leuten hin, drehen das Ganze dort dann, machen dann auch noch vor Ort Regie, machen dann den Schnitt im Nachhinein und übernehmen das Publishing mit einem täglichen Upload-Ziel. Das heißt, richtig viel qualitativ hochwertiger Content, der rausgeballert wird, die ganze, 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 ganze Zeit. Das Ganze machen wir mittlerweile nicht nur auf TikTok, sondern auch auf LinkedIn. Und die Agentur habe ich aufgebaut durch meine eigene Personal Brand auf LinkedIn. Dementsprechend habe ich dort, ich sage mal, sehr, sehr zeitnah Erfahrungen, die ich mit euch teilen kann. Ich mache aber Social Media schon, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Ich bin jetzt 27, das heißt, ich mache jetzt über 15 Jahre Social Media Content Creation Kram auf YouTube, auf TikTok und auf LinkedIn und die Plattform war irgendwie neu für mich. Aber das, was sich durchgezogen hat durch alle Plattformen in dieser Journey ist, dass ich Vertrauen aufbauen möchte. Und zwar Vertrauen aufbauen durch das Erzeugen von Dankbarkeit. Und dafür eignet sich Content richtig, richtig gut. Gut, ja, indem man so viel gibt, so viel geben, 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 so viel Mehrwert, so viel hilfreiche Tipps, bis alle Leute auf dich zukommen mit all den ganzen Sachen, die du jemals wünschen könntest. Das bedeutet nicht nur Anfragen für Kunden, sondern Initiativbewerbung von Top-Mitarbeitern, dass du angefragt wirst für Podcasts, weil du einfach so oft bewiesen hast, mit deinem Content, mit deinen Beiträgen, mit deinen Videos, mit deinen Slideshows, was auch immer, dass du der krasseste Motherfucker in deiner Branche bist. Und das ist mein Ziel für mein Content, der krasseste Motherfucker in meiner Branche zu sein. Dabei vertrete ich die Meinung, dass Qualität nicht so mega wichtig ist, wie alle immer sagen, ja, ich bin der Meinung, probiere dich erstmal viel aus, nimm die Learnings aus diesen ganzen Postings, die du rausgehauen hast, also poste lieber zu viel und guck dann, was funktioniert und werde dann besser. Es ist ein bisschen arrogant zu behaupten, es ist sogar sehr arrogant zu behaupten, von Anfang an zu wissen, was Qualität überhaupt bedeutet. Der Zuschauer, der Leser, der User, der entscheidet, was Qualität ist, nicht der Contentschaffende. Deswegen sage ich besonders am Anfang, erstmal rausballern, Quantität über Qualität. Und deswegen sage ich dann auch, mehr Reichweite ist immer gut, solange du immer hinter deinem Content stehst. Das heißt, solange du dich nicht verbiegst, ist es vollkommen okay zu sagen, ja, ich möchte gerne mehr Reichweite haben. Viele schämen sich immer dafür so ein bisschen, dass sie sagen, ja, ich hätte gerne mehr Follower, ich hätte gerne mehr Impressionen, ich hätte gerne mehr Likes. Aber warum sollst du dich dafür schämen? Wenn du hinter deinem Content stehst, dass du sagst, jawohl, das ist fachlich richtig, kritisch gut oder das ist eine sehr persönliche Story, warum willst du dann nicht mehr Likes generieren? Warum sollte das schlecht sein? Mein Versuch ist, als jemand rüberzukommen, der Inhalte klar, einfach, authentisch, ehrlich und direkt übermittelt und am besten auch noch hilfreich dabei rüberkommt. Und mein Ziel ist es, diese ganzen Sachen wie Follower, Mitarbeiter, Kunden, Connections aufbauen, das alles hinzubekommen ohne Outreach, also nur Inbound-Leads, wenn man so möchte. Alle sollen zu mir kommen, weil ich so viel in Vorleistung gegangen bin. Das sind meine Content-Grundüberzeugungen. Und das eignet sich eigentlich besonders für alle, die, die auf LinkedIn auch eine Personal Brand aufbauen wollen und in der Art und Weise Dienstleister sind oder Experte und dadurch quasi ihr Geschäft am Leben behalten. Ich sage aber auch, das Ganze geht nicht über Nacht mit diesem Approach, den ich euch heute zeigen werde, weil es ist wirklich ein mehrmonatiger, ein langjähriger Aufbau von Vertrauen, indem man immer wieder beweist, jawohl, ich bin der Experte auf meinem Gebiet und das geht halt leider nicht mit einem Post. Okay, Mindset, lieber in hunderte Posts denken, anstatt in 10 oder 20 Posts. Es dauert einfach eine ganze Weile. Dann werde ich immer gefragt, Franz, aber Follower bringen doch gar nichts. Follower bringen keinen Umsatz, Follower bringen keine Mitarbeiter, Follower bringen eigentlich gar nichts. Was soll, was interessiert mich diese Zahlen? Naja, so ganz Unrecht hast du dabei nicht, aber stell dir mal vor, es gibt jetzt einen anderen TikTok-Agenturenhaber, der genau das gleiche hat wie ich, das genau das gleiche Angebot und ich stehe daneben, okay? Der eine hat gerade auf LinkedIn angefangen und hat jetzt seine 20 Kontakte und seine 20 Follower, keine Beiträge, schlechtes Profilbild und Beiträge, die alle nur Quatsch sind. Und dann komme ich dahin, habe jetzt meine 11.000 Follower, zeige regelmäßig, dass ich wirklich der Experte bin, zeige regelmäßig Kundenergebnisse, ja, und beweise, dass ich einfach Ahnung habe von dem, was ich mache. Wenn die Dienstleistung gleich ist, auf dem Papier, für wen entscheidet sich der Kunde? Follower sind Teil des Gesamtkonstruktes, warum du auf Social Media aktiv bist. Es ist Teil deines Social Proofs. Umso mehr Leute dir folgen, umso mehr Social Proof ist da. Aha, viele Leute hören dem zu, also höre ich dem tendenziell auch zu. Also ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Person, also ich, gebucht werde, auch höher. Dementsprechend, Follower sind ein Teil von Social Proof, aber eben nur ein Teil. Ganz, ganz wichtig, wenn ich heute von Followern rede, dann meine ich immer relevante Follower, okay? Es bringt nichts, sich Follower zu kaufen auf irgendwelchen Farmseiten. Es bringt nichts, sich Follower zusammenzuklicken, die überhaupt nichts mit dem eigenen Thema zu tun haben. Follower sind dann gut, wenn ihr eine Zuschauerschaft aufbaut, wo die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass die mit euren zukünftigen Posts wieder interagieren, okay? Bedeutet, ihr solltet, wenn ihr jetzt irgendwas im Social Media Bereich macht mit eurem Content, solltet ihr nicht Follower aufbauen im, weiß ich nicht, im Recruiting Space oder was auch immer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Habt ihr zwar viele Follower, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass eure einzelnen Beiträge überhaupt keine Likes mehr bekommen. Und dann wirkt das auch wieder sehr suspekt, wenn Leute auf euer Profil gehen. Deswegen nur relevante Leute wollen wir haben. Um es nochmal zusammenzufassen. Was bringt eine Personal Brand? Es ist sehr schwer, das in Zahlen auszudrucken. Ich kann euch aber sagen, dass zu 100% alle meine Kunden in den letzten zwei Jahren entweder durch LinkedIn direkt oder durch Connections, die ursprünglich durch LinkedIn kamen, zustande gekommen sind. Alles inbaut oder dann durch Weiterempfehlungen, okay? Das heißt, ihr bekommt dadurch Leads, hochqualitative Leads. Und zwar kommen Leute zu euch als absolute Fans. Das Gleiche gilt für Bewerbungen von Mitarbeitern. Ja, und weil ihr natürlich präsent seid und Follower aufgebaut habt, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ihr eingeladen werdet zu irgendwelchen Webinaren, zu irgendwelchen Podcasts und zu irgendwelchen Bühnen auftreten. Wenn dein Ziel ist, langfristig hochqualitative Mitarbeiter, Kunden und Connections aufzubauen, dann ist eine Personal Brand und Follower aufbauen dementsprechend ein richtig, richtig gutes Mittel. Wir kommen jetzt zu den 11 Wegen, wie ich das geschafft habe. Ich würde dir nicht empfehlen, alles 1 zu 1 zu kopieren, weil man merkt es. Aber lass dich inspirieren, probiere dich aus und dann iteriere diesen Prozess immer und immer weiter. Weg Nummer 1 zu 11.000 Followern und das ein bisschen unfair. Und zwar hacke die Ausspielung. Bei LinkedIn ist es ein bisschen anders als auf einer Social Media Plattform wie TikTok. Bei TikTok kann man auch mit einem Account mit 0 Followern einfach ein Video hochladen und bekommt dann plötzlich Reichweite, weil es ein sogenanntes Testpublikum gibt. Da wird dann das Testpublikum herausgefunden, basierend auf dem Videoinhalt. Das heißt, redest du in dem Video über Finanzen, wird dein Video auch Leuten vorgeschlagen, die in der Vergangenheit über Finanzen sich Videos angeschaut haben. Und dann wird geschaut, hey, wie interagieren diese Leute. Schauen Sie das Video bis zum Ende, liken Sie, kommentieren Sie. Das ist der Content Graph. Bei LinkedIn haben wir noch den veralteten Social Graph. Bedeutet, es wird primär geguckt, hey, welche Follower hast du? Und an die wird erstmal dein Post, wenn du etwas postest, testweise abgespielt oder ausgespielt. Und dann wird geguckt, hey, wie interagieren die? Interagieren die überhaupt? Bleiben sie länger bei dem Post stehen? Liken sie? Folgen sie dir danach? Ja, alles so Signale, die dem Algorithmus sagen, das war ein wertvoller Post. Doch was ist, wenn du keine Follower hast? Ja, ein bisschen blöd, ne? Dann wird der Post auch einfach gar nicht ausgespielt. Und das muss man einfach nur wissen und das so ein bisschen entgegenwirken. Was habe ich damals gemacht? Ich habe damals folgendes gemacht und ehrlicherweise habe ich dafür dann jemanden bezahlt. Ich habe manuell relevante Follower, potenzielle Follower gesucht. Das heißt, ich war in der Suche aktiv. Ich war bei diesen Leuten in den Kommentaren und habe geguckt, hey, gibt es dort quasi in deren Community Leute, die zu mir passen könnten? Damals hatte ich noch eine etwas andere Positionierung. Ich habe Videoclips geschnitten aus Podcasts. Das heißt, meine Zielgruppe waren alle Leute, die Podcasts oder Videopodcasts machen. Das heißt, ich habe einfach in die Suche eingegeben, Podcasts und habe dann irgendwie fünf Leute gefunden und habe mich dann so weitergeklickt. So, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann wurde mit einem der Posts von diesen Leuten ernsthaft interagiert. Die Ansage war, hey, schau dir den Post an und schreibe einen Kommentar, der wirklich wertvoll ist. Mach nicht einfach nur gut gemacht oder interessante Perspektive, sondern lief an LinkedIn einer Art und Weise ein bisschen mehr Mehrwert als alle anderen, die dort kommentieren. Und erst dann machst du eine Vernetzungsanfrage. Warum eine Vernetzungsanfrage? Mit einer Vernetzungsanfrage, wenn die angenommen wird, hat man ein Follow erzwungen. So funktioniert nämlich LinkedIn noch. Das bedeutet, so die ersten 1000 Follower, die ich mir zusammengesammelt habe, waren eine Mischung aus Content erstellen und Leute haben mir gefolgt. Und eben, dass ich manuell relevante Follower gefunden habe und die angeklickt habe. Und die quasi gesagt, die quasi gebeten haben, hey, möchtest du mein Follower sein? Weil ich irgendwann dafür bezahlt habe, dass er vorher in meinem Namen Kommentare schreibt, die wertvoll waren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vernetzungsanfrage angenommen wird, recht hoch gewesen. Okay? Das habe ich so machen lassen, dass ich so 20 bis 30 von diesen Vernetzungsanfragen am Tag rausgeschickt habe, nur mit relevanten Followern. Und die, wenn sie angenommen haben, haben dann meinen Content gesehen, bei dem ich mir schon sehr viel Mühe gegeben habe, der genau zu denen gepasst hat, sodass ich die Wahrscheinlichkeit erhöht habe, dass meine ersten paar Posts, auch wenn die noch nicht so gut sind wie heute, trotzdem schon Reichweite bekommen haben. Deswegen ist das auch mein Tipp an dich. Also LinkedIn nutzt vermehrt noch den Social Graph. Okay? Da musst du entgegenwirken, wenn du null Follower hast und musst einfach diese Testgruppe, die deinen Post als erstes sieht, irgendwie manuell forcieren. Weil wenn diese Testgruppe gut interagiert mit deinem Post, dann wird es erst weiter außerhalb deines Netzwerks ausgespielt und dann hast du die Chance, auch Leute zu erreichen, die du nicht manuell angeklickt hast. Und wenn das dann funktioniert, dann kriegst du Follower en masse. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten, wie du das für dich nutzen kannst, besonders wenn du jetzt noch gar keine Follower hast. Ich empfehle Möglichkeit A, besonders wenn du ganz, ganz am Anfang bist und viel Zeit hast. Also was ich gesagt habe mit dem, finde relevante Follower. Frag die an, mach aber vorher einen wertvollen Kommentar und dann klick dir die zusammen. Ganz, ganz wichtig, mach das nicht für immer, weil das ist wirklich zeitintensiv. Und irgendwann wird der Punkt kommen, dass du deine Testgruppe groß genug geklickt hast, dass dann der Content alleine dafür sorgt, dass du Follower bekommst. Also heute mache ich keine einzige Connection-Request mehr, außer jemand fragt an, ob ich denen irgendwas schicken soll oder so. Und ich muss denen eine Vernetzungsanfrage vorher machen und ich habe keine E-Mail-Credits mehr. Also Follower klicken am Anfang. Möglichkeit 2, das ist das, was wir heute machen, wenn wir zum Beispiel unsere LinkedIn-Ghostwriting-Kunden aufbauen. Da wollen wir uns natürlich jetzt nicht einloggen und mit denen manuell die ganzen Leute zusammenklicken. Wenn die jetzt null Follower haben, was machen wir dort? Einfach erstmal posten wir einen Beitrag bei denen unter deren Namen, ja. Und dann kommentieren wir aus dem Team. Das bedeutet, ich mit meiner Reichweite und meine Mitarbeiter mit deren Reichweite sorgen in den Kommentaren dafür, dass dort auf einmal Kommentare dort sind. Und das Krasse bei LinkedIn ist, wenn man kommentiert, dann wirkt das so ein bisschen wie ein Share. Das heißt, in meinem Netzwerk wird dann plötzlich der Kommentar und der Beitrag von unserem Kunden angezeigt. Das heißt, die Zielgruppe wird dann automatisch erweitert und die Wahrscheinlichkeit wird erhöht, dass dann mehr Leute mit diesem Post interagieren. Ja, und da gibt es auch ganze Engagement-Pots, das heißt ganze LinkedIn-Gruppen, die genau nur das machen. Das Problem ist nur, das funktioniert nur so lange gut, solange die Follower, die derjenige hat, der den Kommentar schreibt, auch wertvoll sind. Also wenn du jetzt mit jemandem zusammenarbeitest, der nur so fake oder zusammengeklickte Follower hat, die alle nicht relevant sind mit dem Content, dann funktioniert das Ganze nicht langfristig. Deswegen meine Empfehlung, mach das nur mit Kommentarschreibern, deren Follower auch relevant zu deiner Zielgruppe sind. Bei Möglichkeit B, wie kannst du das auch noch machen? Du könntest entweder das so machen oder du kannst irgendwie provozieren, dass jemand anderes, den du vielleicht noch gar nicht kennst, mit einer großen Reichweite bei dir kommentiert. Zum Beispiel, wenn du ein Selfie gemacht hast mit einem großen LinkedIn-Influencer bei irgendeiner Konferenz und dann postest du einen Beitrag mit dem zusammen und sagst dann ganz viele schmeichelnde Worte und provozierst quasi, dass dieser Influencer bei dir kommentiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dann aus deren Netzwerk Leute dir folgen. Oder du machst ein Porträt über jemand anderen Großes oder du kennst vielleicht jemanden persönlich, der LinkedIn-Influencer ist, dann geht das Ganze natürlich auch. Aber überleg dir, wie schaffst du das, dass Leute, die größer sind, als du, bei dir kommentieren? Möglichkeit C für Weg Nummer 1 wären die LinkedIn-Thought-Leader-Ads. Das sind eigentlich nur bezahlte Werbungen für Personal Brands, also für keine Company-Accounts und dann kannst du einfach Budget schalten auf deinen Beitrag und kannst dann so im besten Fall Follower generieren. Jetzt kommen wir zu Weg Nummer 2, wie ich 11.000 Follower auf LinkedIn erreicht habe und das ist der Fokus auf Copywriting. So, ich habe euch da ein paar Beispiele mitgebracht. Wir haben auf TikTok und LinkedIn einen Monat den gleichen Content veröffentlicht und das waren die Ergebnisse. Das war der Post hier mit dem guten Christian Geber zusammen, Kunde von uns. Der hatte hier 60.000 Impressionen und der Fokus ist hier auch aufs Copywriting. Das heißt, der Post ist so geschrieben, dass man bis zum Ende dranbleiben möchte, gut formatiert, einfache Sprache. Ja, oder hier ein zweiter Post, der ähnlich gut funktioniert hat. Ich bin schuld, dass alle TikToks gleich aussehen. Das war das Beitragsbild dazu. Hatte 45.000 Impressionen, auch wieder gut formatiert, einfach gelesen, interessantes Thema. Oder Nummer 3, es geht ein bisschen in die Meta-Ebene und auch das, worauf ich hier in welchem Punkt hinaus will. Wenn ich ein 1.001.000 Aufrufe TikTok schreibe für meine Kunden, dann prüfe ich den ersten Satz immer auf diese 4 Fragen. Dann mache ich quasi so einen richtigen Mehrwert-Post, der quasi im Detail alles darstellt. 34.000 Impressionen. Das sind alles Beispiele, wo ich einen sehr starken Fokus auf die Hook hatte. Also die ersten drei Zeilen, die angezeigt werden, bevor man auf Mehranzeigen klicken muss bei LinkedIn. Das ist das, was der Zuschauer sieht, wenn er durchs Feed scrollt und dann entscheiden muss, hey, möchte ich mehr von diesem Beitrag sehen. Das heißt, ich fokussiere mich auf die Hook und auf die Emotionen. Ich schreibe, wie ich spreche und durch die ganzen Zeilen und Brüche optimiere ich für Lesbarkeit. Also so einen ganzen Kladderadatsch an Fließtext, den will ja keiner lesen. Warum funktioniert das so gut, wenn man sich auf Copywriting fokussiert? Copywriting heißt Werbetexten oder einfach nur Texten. Ja, nur um das nochmal hier zu sagen. Der Fokus auf die Hook ist wichtig, weil wenn der ganze Rest danach richtig gut ist, aber die Hook, also die ersten drei Zeilen scheiße sind, dann liest halt den Rest keiner. Deswegen solltest du überproportional viel Zeit investieren, die ersten drei Zeilen gut zu machen. Was gut ist, sage ich dir gleich. Und hast du das dann geschafft, also hast du mit einer guten Hook jemanden dazu überzeugt, auf Mehranzeigen zu drücken, dann musst du die Spannungskurve oder die Aufmerksamkeit halten und am Ende irgendwie eine Emotion provozieren. Ja, dass jemand sagt, boah, das war hilfreich, also Dankbarkeit oder man ist wütend, weil du irgendwie eine abgefuckte Anti-Meinung hast oder man sagt herzlichen Glückwunsch. Du musst bedenken, wie schaffe ich es, den User in den Bann zu ziehen und mit welcher Emotion schicke ich ihn raus. Und habe ich diese beiden Sachen nicht, dann mache ich keinen Post. Okay? Ganz, ganz wichtig, das einfach im Hinterkopf zu behalten. Dann baue ich noch Sympathie durch meinen Schreibstil auf und durch die einfache Sprache bleiben die Leute dran. Es würde jetzt zu lange dauern, all das im Detail zu besprechen. Ich habe dort ganze Copywriting-Skriptkurse. Wenn ihr die haben wollt, schreibt mir gerne nochmal bei LinkedIn. Dann schicke ich die euch zu oder schicke ich euch den Link nochmal zu. Wichtig ist dort aber zu wissen, ihr habt diese drei Zeilen Zeit. Und für die Hook gibt es vier Fragen, die ich bei TikTok und bei LinkedIn immer wieder auch in das Gehirn meiner Mitarbeiter eindresche. Es gibt dort ganz viele Vorlagen, die ihr nutzen könnt. Aber ich glaube, es ist besser für eure Hooks, wenn ihr nicht ChatGPT nehmt, nicht irgendwelche Vorlagen, sondern immer wieder iteriert darüber nachdenken. Hey, Nummer 1 geht es konkreter. Anstatt bei diesem dritten Post zu sagen, so erschaffe ich 3 Millionen oder so erschaffe ich richtig viel Reichweite für meine Kunden. Nein, macht es konkret in der messbaren Zahl. Statt Reichweite eine Million Views. Versteht ein Fieldclasser die Hook. Also geht es einfacher formuliert. Ich könnte über Retention reden, über irgendwelche Graphen in der Hook oder was auch immer. Wenn aber ein User irgendein Wort nicht versteht, dann ist er schon raus. Okay, macht die Sprache einfach, damit die Chance auch da besteht, dass der User überhaupt das Ganze checkt, worum es geht. Geht es persönlicher. Ich könnte sagen, hier sind fünf Tipps, damit deine TikToks viral gehen. Ich könnte aber sagen, hier ist mein Vier-Schritte-Framework, damit meine Kunden viral gehen. Das eine könnte so ein random Blog-Artikel sein. Das andere ist mein Secret Workflow. Heute haben wir zum Beispiel auch meine 11.000 Follower LinkedIn Masterclass und nicht eine generelle LinkedIn Personal Branding Masterclass. Okay, ihr wollt ja wissen, wie ich das gemacht habe. Das Content, dem kommt ihr nirgendwo anders, weil es halt von mir persönlich ist. Und kriege ich ein virales Element rein. Bedeutet, kann ich Finanzen, Gesundheit, Liebe, Marken, Promis, Hobbys oder Geschichten irgendwie mit reinbekommen? In diesem Fall wäre es möglich gewesen, dass ich noch über potenzielle Einnahmen sprechen könnte. Oder ich könnte, ich glaube, ich habe quasi die Kunden erwähnt, habe somit den Finanzen-Trigger mit drin. Diese vier Fragen müssen nicht immer erfüllt werden, sondern man kann sie bis ins Unendliche durch iterieren, bis man weiß, nee, eigentlich geht es nicht besser. So, dann habe ich euch nochmal in dem PDF die acht Viral Writing Emotions aufgelistet. Ihr müsst einfach nur wissen, habt eine Emotion im Kopf, die ihr am Ende provozieren wollt und arbeitet auf die drauf hin. Und dann macht ihr richtig gutes Copywriting. Wie gesagt, schreibt mir gerne bei LinkedIn nochmal. Ich schicke euch dann den Link zu meinem Copywriting-Workshop. Der ist für TikTok und für LinkedIn. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist genau das Gleiche. Und auch wenn Leute, die das Gegenteil behaupten, die haben keine Ahnung. Wir machen TikTok-Skripte, publishen diese Content-Pieces aufgezeichnet in die Kamera für unsere Kunden. Und nehmen das gleiche Skript, posten es auf LinkedIn und haben damit auch megamäßig viel Reichweite. Dementsprechend Werbetexten, Sachen vereinfachen, veranschaulichen, durchdenken. Hey, wie könnte ich es in einfache Sprache runterbrechen? Das ist einer der größten Skills und einer der größten Hebel, wie ihr viel Reichweite auf LinkedIn aufbaut. Wir kommen zu Weg Nummer drei und das hat damit richtig viel zu tun. Und das ist richtig underrated und kaum einer macht das in LinkedIn. Beziehungsweise LinkedIn weltweit und auch kaum einer in LinkedIn Deutschland. Und das ist die Bilder, also die Beitragsbilder bei einem Bild plus Textpost, wie YouTube Thumbnails behandeln. Ich habe euch da ein paar Beispiele mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Also hier haben wir die Hook. Sieben LinkedIn Hacks für regelmäßig 10.000 Impressionen, die noch nie jemand gesagt hat. Und das Beitragsbild sieht so aus von mir. Okay, das könnte halt 1 zu 1 auch YouTube Thumbnail sein, nur da wäre es halt Breitbild. Okay, also starke Emotionen, der Blick wandert quasi zu dem Proof hin, dass ich es drauf habe. Also ich validate die Hook. Ich sage über 10.000 Impressionen, dass ich regelmäßig sage und zeige das und zeige nochmal das LinkedIn-Logo. Das gleiche hier auch nochmal. Das könnte ein YouTube Thumbnail-artiges LinkedIn-Bild sein. Hier haben wir die Hook. Ich habe plötzlich 10 Mitarbeiter, obwohl ich selbst nie angestellt war, Fluch oder Segen. Und manchmal reicht auch einfach nur ein passender, bedrohlicher oder ein besorgniserregender Gesichtsausdruck zu der Message, zu der Sorge. Also ich sage quasi Fluch oder Segen, Franz ist verzweifelt, Franz weiß es nicht. Also gucke ich auch richtig traurig in die Kamera. Okay, manchmal ist weniger mehr, es braucht nicht immer diese fetten Photoshop-Collagen. Das kann ich euch sagen, alleine wenn ihr euer Fotoshooting-Plan und Bilder für LinkedIn macht, habt einfach im Kopf, okay, mit welcher Emotion wollte ich hier überhaupt rausgehen. Oder als drittes Beispiel habe ich das hier. Mit 15 zahlte mir ein Schweizer Doktor 500 Euro, nur wegen meinen schlechten Videos. Ja, ein kleines Storytime aus meiner Zeit, wo ich das erste Mal den Mehrwerteffekt gespürt habe, wo Inbound-Leads reinkamen und mir so ein random Dude 500 Euro gezahlt haben, nachdem ich Tutorials gemacht habe, wie man Websites erstellen kann. Und da sieht das Bild dann so aus, das heißt, ich validate die Hook, ich habe Geld verdienen, zeige quasi, was ich damals gemacht habe und zeige mich von früher. Das könnte in einem etwas anderen Aufbau mit Links-Rechts-Aufbau vielleicht auch 1 zu 1 so ein YouTube Thumbnail sein. Alleine das im Kopf zu haben und nicht irgendein random Bild zu nutzen, dann seid ihr schon besser als die meisten, die überhaupt LinkedIn machen. Also erstmal machen nur weniger als 1% der ganzen Nutzer auf LinkedIn-Content. Und wenn ihr euch dann noch darum shert, dass ihr euch auf die Hook konzentriert, plus dem Hook-Bild, dann könnt ihr eigentlich nur noch gewinnen. Also ich habe Beitragsbilder gemacht für YouTube Thumbnails, ja, und ich habe sie auch so geplant und konzipiert. Nur halt weniger extrem. So, und wenn man nie weiter weiß oder keine Zeit hat, dann reichen im Zweifelsfall auch Porträts. Warum funktioniert das überhaupt so gut? Der Punkt ist, der User ist ja so am Smartphone, ja, der ist die ganze Zeit am Scrollen. Und euer Ziel ist, dass er das Scrollen stoppt. Ihr wollt einen Scrollstopper erstellen. So, und dann rein vom Screenspace, ja, allein vom Bildschirm, von der Bildschirmaufteilung, wisst ihr ja, okay, ein Bild nimmt ja viel mehr Platz ein als so drei Zeilen. Also warum nicht exorbitant viel mehr Zeit investieren in den Part, der dafür sorgen kann, dass die Augen auf euch gerichtet sind. Und deswegen meine Message an euch. Haltet die Bild- und Textschere im Hinterkopf, ja. Schaut, ob ihr das, was gesagt wird in der Hook, validieren könnt. Könnt ihr eine Emotion, die ihr rüberbringen wollt, im Post mit auffassen. Könnt ihr Neugierde in irgendeiner Art und Weise erwecken. Habt ihr drei Punkte, die ihr ansprechen wollt oder die ihr versprecht, also drei Tipps um, dann könnt ihr vielleicht den zweiten Tipp irgendwie anteasen visuell und etwas verpixeln oder blurren. Das Gute ist, für all das gibt es YouTube-Tutorials. Das heißt, der Start dafür ist erstmal zu wissen, okay, dafür gibt es keine Tutorials per se. Ich kann da gerne für auch nochmal eine extra Masterclass machen. Wenn euch das interessiert, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber zu wissen, okay, ich muss das irgendwie vorher planen, wenn ich das meiste aus meinem Post rausholen will. Beiträge mit Bild und Text sind die effizienteste Art und Weise, um Reichweite auf so einer Plattform wie LinkedIn zu bekommen. So, die optimale Größe, die ich dafür empfehle, ist 4 zu 5, ja, mit 1080 mal 1350p. Das ist die maximale Höhe, die LinkedIn erlaubt, ohne dass dann irgendwie was kleiner, größer geschoben wird. Und dann gibt es ganz, ganz viele Kanäle auf YouTube, zum Beispiel Joseph Blaze, die euch zeigen, das ist auch nochmal in der PDF verlinkt, wie so diese Psychologie hinter YouTube Thumbnaids funktioniert. Okay, und das ist meistens, sich auf eine einzelne Sache fokussieren. Ich empfehle euch nicht, sich die Tutorials anzuschauen, wo es nur darum geht, so machst du das in Canva, so machst du das in Photoshop, so machst du das nur am Handy. Das ist alles gut, aber wichtig ist, die Psychologie zu verstehen. Dabei würde ich mich immer fragen, okay, welche eine Sache will ich, wo das Auge hingelenkt wird, wenn man so im Vorbeiscrollen ist, weil viele machen hier einen Fehler, zu viele Sachen zu zeigen. Will ich die Hook verdeutlichen, also validaten, oder will ich meine Meinung oder irgendwas aus dem Text anteasen? Schaffe ich es irgendwie, Neugierde zu erwecken, auf mehr Anzeigen zu drücken? Das, was bei dem YouTube Thumbnail dafür sorgt, dass man aufs Video klickt, ist bei LinkedIn der Klick auf mehr Anzeigen. Und das zu verstehen, wird euch in eurem LinkedIn-Reichweiten-Game richtig voranbringen. Wir machen das in der Agentur, also für mich, meine Mitarbeiter und unsere Kunden immer ähnlich. Wir machen ein extra Shooting immer. Ja, also wenn ihr Luxus habt, würde ich immer ein extra Shooting pro Beitrag machen. Aber wenn ihr es ein bisschen effizienter machen wollt, dann macht ihr euch so einen Katalog an ganz vielen Posen, die ihr immer wieder haben wollt. Also, Crossed Arms, Nachdenken, Facepalm, oh mein Gott. Immer ein bisschen weniger als extrem, als ihr denken würdet. Hände in der Hosentasche, in die Kamera zeigen, Daumen hoch, Daumen runter, auf einem Whiteboard zeigen und auf einem Whiteboard später was einfügen. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, es lohnt sich, hier besonders mit einer Serienaufnahme zu machen. Also nehmt nicht einfach nur euer Smartphone oder eure Kamera und macht dann ein Bild und nehmt das. Nee, 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 nee. Die Erwartungshaltung sollte sein, circa mach mal 400 Bilder, also gedrückt halten und dann machst du drei Bilder die Sekunde. Und dann hältst du eine Pause und änderst minimal den Gesichtsausdruck, die Handbewegung und schaust mal, welche kleinen Variationen wie viel ausmachen können. Ich habe euch dazu auch mal in dem Dokument ein Video verlinkt, wo ich euch meinen Workflow zeige, wie ich diese 400 bis 500 Bilder im Schnelldurchlauf immer durchgehe und dann wirklich dieses eine Gewinnerbild nehme und finde und mich nicht darauf verlasse, dass mein einer Moment, wo ich in die Kamera geschaut habe, das beste Bild ist. Okay, die Nuancen sorgen dafür, dass dein Video oder dein Beitrag mehr Reichweite bekommen als alle anderen. Das heißt zusammengefasst, für YouTube Thumbnail Psychologie, plant einfach, wenn ihr euren Text schreibt, schon zusammen mit einem Bild. Okay? Ihr könnt euch teilweise dann auch Informationen sparen, weil ihr die dann im Bild zeigt und in der Hook nichts sagen müsst. Ja, das ist voller Game Changer. Fokussiert euch auf eine Sache, mehr Strategie, mehr Design, mehr Strategie als Design. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann könnt ihr euch auch noch anschauen, wie zum Beispiel Photoshop gut funktioniert. Wie kann man zum Beispiel die Augen minimal schärfen, dass das Auge des Zuschauers noch mehr da reingelenkt wird. Wie kann man die Augen ein bisschen aufhellen? Wie macht man die Hauttöne richtig, dass es richtig nice aussehen? Also Hack Nummer 3, YouTube Thumbnail Psychologie nutzen für eure eigenen Beiträge. Jetzt kommen wir wirklich in den Nitty Gritty, wo ich sagen würde, da verrate ich jetzt ein paar Sachen, die haben wahrscheinlich sehr wenige Leute so gemacht und das macht kein anderer so auf LinkedIn. Und zwar nenne ich das mal so ganz gerne Social Hacking Extrem. Was meine ich mit Social Hacking Extrem? Ich habe euch hier ein paar Beispiele mitgebracht, beziehungsweise was ich damals gemacht habe. Das war 2022. Und zwar hatte ich folgendes Problem, so in real. Ich bin neu auf die Plattform gekommen und habe dann gesagt, ich würde gerne irgendwie neue Creator finden, aber die Suche, ist übrigens immer noch so, ist eine absolute Katastrophe. Also so easy zum Beispiel Leute zu finden, die nur TikTok machen oder über TikTok posten, ist richtig schwierig. Das heißt, ich bin dann rausgegangen, ich habe einen Aufrufpost gemacht, wo sind die Content Creator auf LinkedIn und habe aktiv nach Kommentaren gefragt. Damals hatte ich vielleicht so 1000 Follower oder so und dieser Post hatte dann, keine Ahnung, was war es gewesen sein, vielleicht 10.000 Impressionen oder so. Das war für mich damals crazy oder ich glaube sogar 20.000. Ich kann es nochmal nachliefern später. Und dann habe ich was gemacht. Ich habe dann diese ganzen Posts genommen, also diese ganzen Kommentare, wo Leute nominiert worden sind. Da wurden halt die ganze Zeit Leute markiert. Habe diese Kommentare analysiert und das hier daraus gemacht. Hashtag Creator Power, ich habe mich beschwert über LinkedIn, aber dann kam ihr, ich habe das LinkedIn Content Creator Verzeichnis gemacht. Das heißt, ich habe dann auf 87 Slides manuell diese ganzen Leute in Kategorien gepackt und die präsentiert. Das heißt, alle nominierten Leute haben sich in so einer Art Slideshow dann wiedergefunden. Was ist dann passiert? Die haben dann sich dann gesehen und haben dann die Kommentare vollgeschrieben mit, danke für die Erwähnung, du hast noch den und den vergessen. Ja, und ich konnte dann mit diesen neuen Kommentaren wieder ein weiteres Content Creator Verzeichnis machen. Was dann auch glaube ich 50, wie viel hat das, es steht da wieder nicht. Ich glaube 40, 50.000 Impressionen hatte. Das war mein bestperformster Post aller Zeiten bis zu dem Punkt. Dann wurden auf einmal 200 Slides draus, habe quasi einfach ein Update gemacht mit all diesen Leuten, habe die auch wieder in Kategorien reingepackt und die Leute präsentiert und die haben wieder wie verrückt kommentiert und Leute gezeigt. Ja, das war wirklich crazy, das war abgefahren. Und das hat mir natürlich richtig viele Follower gebracht. Also erstmal nochmal zusammengefasst, was habe ich hier gemacht? Ich habe so eine ultralange Slideshow gemacht, habe ganz viele Leute erwähnt, habe sie mit hohem manuellen Aufwand kategorisiert und Leuten dann einen Benefit, einen Mehrwert geliefert, indem ich zeige, hey, du suchst auch nach neuen Content Creatern. Hier sind sie in der kategorisierten Ansicht. Und warum hat das so gut funktioniert? Warum hat das für Follower und für mich richtig viel Reichweite gesorgt? Erstmal gab es halt, kein anderer hat sich diesen Aufwand gemacht. Ich habe es aber gemacht. Dementsprechend exklusiver Content. Das heißt, Leute haben diesen Aufwand auch gesehen und haben natürlich auch gesagt, boah, da bin ich, da habe ich, dafür spüre ich schon Dankbarkeit, lass ich doch mal einen Follower da. Sie haben sich selbst vielleicht auch in der Slideshow gesehen, haben sich dann bedankt in den Kommentaren. Kommentartreiber gleich mehr Reichweite. Sie haben gesehen, zum Beispiel, dass sie nominiert worden sind in der aktuellen Variante, aber noch nicht gezeigt worden sind. Also folgen Sie, um beim nächsten Mal sich zu sehen, damit Sie dann wieder sagen können, hey, vielen Dank, dass du mich in das Verzeichnis aufgenommen hast. Es war also so ein viraler, ewiger Kreislauf, dass Leute gar nicht anders konnten, als zu kommentieren und dass Franz mehr Reichweite bekommen hat. Das sorgte dann natürlich dafür, dass ich auf einmal, damit meine Hunderten an Followern plötzlich über 1000 Follower da generiert habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele das waren, aber es war auf jeden Fall ein großer Uplift in den Followern für meine damaligen Verhältnisse. Das heißt, Social Hacking extrem, also die Reichweite anderer nutzen und zwar von vielen anderen. Wie kannst du das jetzt für dich anwenden? Was sehe ich dort häufig auf LinkedIn, wie man das auch nutzen kann? Ich würde zum einen schauen, hey, kannst du in deiner Branche das Gleiche machen? Also gibt es zum Beispiel andere Creator, die du auszeichnenswert findest in irgendeiner Art und Weise? Oder gibt es ganz viele Kommentare, die du beantworten kannst? Also zum Beispiel das, was Leute bei Instagram in den Storys machen, wo sie einfach nach Fragen fragen und dann per Sticker Fragen eingesendet bekommen und dann in der Story die beantworten. Wir können jetzt genau das Gleiche mit LinkedIn-Kommentaren machen und diese Leute immer wieder einblenden, dass du so eine 20-seitige Slideshow hast, wo Leute die ganze Zeit gezeigt werden. So, und dann bedanken die sich in den Kommentaren, dass du sie gezeigt hast und sie sorgen dann wieder für mehr Reichweite. Kannst du aus deinen Favorite-Posts aus der letzten Woche vielleicht so eine Art Recap oder Zusammenfassung machen und einfach zeigen, hey, diese 5 Creator haben meine Lieblingsposts diese Woche gemacht und die dann verlinken, sodass die im besten Fall sich bedanken und dann dir wieder Reichweite schenken. Also wie kannst du dafür sorgen, dass viele Leute in den Kommentaren sich dafür bedanken oder irgendwie dort auftauchen, dass sie zumindest kommentieren und deren Reichweite dir schenken? Ja, also Hack Nummer 4, Social Hacking extrem. Weg Nummer 5 zu 11.000 LinkedIn-Followern und ich nenne es so gerne der große Fresse-Publicity-Stat. Das Ganze hat nicht nur dafür gesorgt, dass ich eine richtig große Anzahl an Followern dazu gewonnen habe, sondern das war eigentlich auch der monetäre Startschuss für meine Agenturen. Und deswegen, ich kann euch sagen, wenn ihr was drauf habt und große Fresse nach einer großen Fresse deliveren könnt, dann könnt ihr das in irgendeiner Art und Weise nochmal nachmachen. Okay, was habe ich gemacht? Und zwar, 2022 war ich vor der Situation, dass meine Positionierung so war, dass ich Clips geschnitten hatte aus Podcasts. Also ich war Video-Editor, habe aus Livestreams oder Podcasts Clips genommen und die richtig cool gemacht für TikTok. So, ich habe aber gemerkt, das Ganze passt sich so ganz in ein skalierbares Modell, weil da musst du irgendwie Copywriter und Video-Editor in einem sein und ich bräuchte eigentlich gerne Geschäftsmodellen, wo ich extra Copywriter und extra Video-Editor haben kann. Und dann habe ich dann so ein Konzept aus Amerika, so ein bisschen genommen und adaptiert, wollte aber das Ganze dann auf den Markt bringen, hatte aber selber in der Art und Weise noch keine Kunden. Und ich bin so ein Mensch, ich arbeite gut unter Druck, okay? Das heißt, ich habe dann öffentlich angekündigt, hey, ich werde 10 TikTok-Accounts von 0 auf 1000 Follower bringen in nur 30 Tagen und du kannst kostenlos dabei sein. Ich habe hier so ein Video produziert vor, ich glaube das war im April 2022 und habe dann eine Ausschreibung gemacht. Hey Leute, wollt ihr einer von 10 Referenzkunden werden? Ich schenke euch eine Dienstleistung, die später tausende Euro kosten will, for free, aber ihr müsst euch darauf bewerben. Und ich habe öffentlich angekündigt, ich werde alles davon begleiten. Das heißt, ich habe dann darauf auf diesem Post auch nochmal so 10.000 Impressionen bekommen, was für mich damals wie gesagt crazy schon war und habe dann so circa 60 Bewerbungen bekommen von Leuten, die mit mir TikTok rocken wollten. Ich habe mir dann die besten ausgesucht und bin dann auf eigene Kosten zwei Monate lang durch Deutschland getingelt und anschließend habe ich all diese Videos in der Summe über 300 Videos, über 300 TikToks selber geschnitten und gepublished. Das heißt, ich habe dann diesen Prozess begleitet, habe dann auch nach und nach diese ganzen Leute revealed, die quasi mit dabei sind und habe dann zum Beispiel auch immer gezeigt, hey, das war der erste Dreh. Dreh eins von zehn, habe die Leute mit auf die Journey genommen und dann, was ist dann passiert? Es hat sehr gut funktioniert. Also ich habe hier nach drei Tagen das erste Update dann gepublished und da liefen dann schon die ersten Accounts richtig, richtig gut. Und dann nach den 30 Tagen war es dann so, dass alle Accounts über 1.000 Follower generiert haben. Und das war richtig, richtig crazy. Das heißt, ich habe quasi große Fresse gehabt, habe öffentlich bewiesen, jawohl, ich habe es richtig, richtig drauf. Dieser Post hatte dann nicht nur 80.000 Impressionen, eine Slideshow, die eigentlich reinste Werbung für mich war, weil die aber verpackt war mit, Franz hat große Fresse gehabt, hat delivered, hat sogar Mehrwert mit reingepackt mit Learning zwischendurch, hat dafür gesorgt, dass ich für drei Wochen lang einen vollen Terminkalender hatte mit Erstgesprächen, sodass meine Agentur dann plötzlich losging, ja, von Kleinunternehmer unter Freibetrag zu auf einmal 100.000 Euro Umsatz, so, das war abgefuckt crazy. So, und das alles nur durch LinkedIn, weil ich große Fresse gehabt habe und dann delivered habe. Das ging natürlich auch nur, weil ich die Skills Center hatte und backupen konnte. Deswegen, ich kann euch empfehlen, wenn ihr große Fresse habt und Publicity Stunt machen wollt, dann macht das, ja. Weil das Ganze funktioniert richtig, richtig gut, weil, wenn ihr diesen Prozess ankündigt, dann folgen euch Leute, weil sie sagen, jawohl, ich will entweder schauen, wie ihr das Ganze schafft oder wie ihr auf die Fresse fliegt. So, und wenn ihr dann auch delivered und das Ganze in einem positiven Rahmen beendet, dann sagen Leute erst recht, jawohl, du hast jetzt mein Follow verdient. Das Ganze heißt nicht, dass ihr für immer in irgendeiner Art und Weise das for free machen müsst. Ich kann euch aber sagen, macht das entweder wirklich for free oder gar nicht. Also ich habe dann ein paar Kollegen gehabt, die in irgendeiner Art und Weise sowas eh nie probiert haben. Die dann gesagt haben, hey, wir suchen 10 Referenzkunden oder 3 Referenzkunden oder 1 Referenzkunde und wollten dann irgendwie trotzdem noch so Anfahrtkosten haben oder für den geringeren Preis oder irgendwie so. Wenn ihr auf einer Plattform seid und weniger Follower habt, dann müsst ihr mit dem Mehrwert raus. Das heißt, ich bin ins Risiko gegangen, habe alle Kosten auf mich genommen, ich habe es extrem übertrieben gemacht für 10 Leute gleichzeitig, habe dann auch delivered und habe dann erst quasi, nachdem ich das Vertrauen aufgebaut habe, den Cashen gemacht und dann Geld für die Dienstleistung verlangt. Okay, und weil es dann auch noch mehrwertig verpackt war, hat das für Hunderte an Follower gesorgt. Bedeutet für dich, wenn du sowas ähnliches machen möchtest, frage dich, was macht deine Konkurrenz? Nicht, weil sie zu feige oder zu faul sind. Und mach das! Okay? Beweise, dass du der krasseste bist, indem du es for free machst. Es muss nicht für immer sein, aber sehe es als Invest in deine Zukunft. Und wenn das selbst nicht klappen sollte, also hätte das bei mir damals nicht geklappt, diesen 10 Kunden oder hätte das damals nicht irgendwie dafür gesorgt, dass da Kundenanfragen reinkommen. Weil ich wusste das ja nicht, ich wusste das ja nicht. Hätte ich aber trotzdem richtig viele Learnings gehabt und ich habe zumindest Content gehabt und Aufmerksamkeit erzeugt, wo Leute auf mich zum ersten Mal aufmerksam geworden sind. Deswegen, schau, was die Konkurrenz nicht machen möchte, mach du es, mach du es öffentlich, hab eine große Fresse dabei, deliver dann auch noch und im besten Fall setzt du auch noch was auf das Spiel. Was geschieht, falls du es nicht schaffst? Bei mir wäre es einfach nur gewesen, wäre peinlich gewesen, aber du kannst da auch öffentliche Wetten abschließen, damit Leute noch mehr einen Anreiz haben zu folgen. Okay? Habe große Fresse, mach Publicity Stunt und geh ins Risiko. Das war einer der treibenden Kräfte. Leute sprechen mich heute immer noch, wenn sie mich irgendwie treffen bei der OMR, auf diese Challenge an, dass sie seitdem damals dabei sind. Wir bekommen regelmäßig alle paar Wochen eine Message von Leuten, hey Franz, ich folge dir schon seit damals bei der TikTok Challenge. Das war nicht nur ein Follower-Treiber, sondern Publicity Stunts sind auch Sachen, für die euch Leute in Erinnerung behalten über Jahre hinweg. Deswegen, wenn ihr die Skills habt und das Selbstvertrauen und unter Druck gut arbeiten könnt, dann macht das. Möglichkeit Nummer 6. So, und das schließt damit direkt wieder an. Und zwar, arbeite mit Influencern. Arbeite, wenn du jetzt Dienstleister bist in irgendeiner Art und Weise, mit Leuten zusammen, die mehr Reichweite und mehr Follower haben als du. Hier zum Beispiel, habe ich euch drei Posten mitgebracht, wo genau das passiert ist. Also, meine Dienstleistung, die ich dann hatte, war dann, dass wir genau das, was wir heute machen, dann für Kunden Skripten drehen und schneiden, deren ganzen 9 zu 16 Content-Kram. So, was gab es dann in Folge dessen? Zum Beispiel ein Kunde, der durch diese Challenge kam, war Johannes Klisch von Snogs. Ein sehr, sehr großer, bekannter Name auf LinkedIn. Damals, glaube ich, mit 60, 70.000 LinkedIn-Follower oder so. Und der hat dann einfach für mich Werbung gemacht und hat gesagt, ich steuere jetzt mit TikTok und hat mich verlinkt. Natürlich bringt so eine Verlinkung enorm Follower. Das Gleiche dann, Johannes hat mich dann irgendwann später weiterempfohlen an Sterpan Timoschin von Vardy Team. Und der hat auch einen Post gemacht von wegen, jawohl, ich habe jetzt Franz kennengelernt und er ist richtig cool, checkt ihn doch mal aus. Alles ungefragt. Und Nummer 3, Johannes hat mich auch damals dann an Celine Flores Villas weiterempfohlen und dann haben wir auch eine ganze Weile zusammengearbeitet. Und jetzt nach anderthalb Jahren kam dann so ein Post, wo ich auch ebenfalls verlinkt wurde. Und ihr seht hier, auch wenn der Post ein bisschen kritischer war, der hat fast an die 1000 Reaktionen. Das heißt, der wird so seine 100.000 Impressionen vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr gemacht haben. Natürlich bringt das absolut Follower oder Leute oder Augen auf meine Person. Das ist ein absoluter Game Changer, wenn ihr mit größeren Leuten zusammenarbeitet oder es irgendwie schafft, dass die Beiträge bei euch machen. Wichtig ist aber, ich habe niemals nach einem Shoutout gefragt. Und es funktioniert deswegen so gut, weil der Fokus hier eben war, okay, ich versuche die Arbeit so gut wie möglich zu machen. Das, was die Kunden haben wollen, ich versuche phänomenal abzuliefern, weil ich halt weiß, okay, es besteht eine Chance auf irgendwann ein Shoutout, weil das in dieser Szene gang und gäbe es. Nehme vielleicht auch entgegen, dass ich ein bisschen weniger bezahlt bekomme, als wäre es ein nicht berühmter Influencer. Bekomme aber das Ganze ausgezahlt in mehr Augenpaaren, die dann später mein Content sehen und dann Kunde werden. Weil eben diese Leute Teil meines Portfolios werden. Das heißt, wenn du das Ganze auch machen möchtest, suche aktiv die Zusammenarbeit mit Menschen mit Reichweite oder sag diesen tendenziell mehr zu, sodass du dich überhaupt in eine Situation begibst, dass die Postings über dich machen. Das Coole ist, oder einen ganz großen Tipp, den ich euch geben kann, weil ihr habt gerade gesehen, bei den ersten beiden Varianten gab es kein Bild mit mir jetzt konkret, also kein Selfie miteinander. Wäre ich nochmal in der Situation, würde ich noch schneller dafür sorgen, dass man gemeinsames Fotomaterial hat, wenn man so einen Dreh hat oder würde man jetzt einen Call haben, würde ich einen Screenshot machen oder so, dass der andere es einfach hat, dieses Bild auf einmal auch zu posten, okay? Damit das noch persönlicher, noch mehr wie eine Empfehlung wirkt. Das ist nicht nur gut für euer Business, aber eben auch für eure Verlinkungen und dann für eure Follower. Das heißt, arbeite, wenn du kannst, mit Leuten zusammen, die mehr Reichweite haben. Ja, das war jetzt, wie gesagt, bei mir jetzt kein aktives Vorgehen. Das kam bei mir so ein bisschen automatisch, auch durch Johannes, der mich dann dumm und dämlich weiterempfohlen hat. Da bin ich ihm bis heute ewig dankbar. Ja, aber würde ich heute nochmal anfangen, dann würde ich auf jeden Fall diesen Leuten schneller zusagen oder würde vielleicht ein bisschen mehr die Wege so legen, dass man dorthin kommt, damit diese Wahrscheinlichkeit auf einen Shoutout gegeben ist. Wichtig ist natürlich, deliver die Arbeit so phänomenal, dass die gar nicht anders können oder sei so sympathisch, dass die gar nicht anders können, als zu sagen, boah, das ist ein krasser Typ oder das ist eine krasse Frau, check den mal aus. Ja, der Trick ist, give until they ask you. Auch bei der Arbeit. Nummer 7. So, jetzt habe ich was richtig Schönes für euch. Einer meiner Lieblinge. Weg Nummer 7, der ein elementarer Teil war, um meine 11.000 Follower bei LinkedIn zu erreichen, ist, recycle wie verrückt. Finde, was gut funktioniert und nutze es aus, bis es nicht mehr funktioniert. Okay, also ich habe zum Beispiel ganz am Anfang meiner Journey auf LinkedIn herausgefunden, da hatte ich dann Content gemacht zur Videoproduktion und ein wichtiger Teil bei der Videoproduktion sind Untertitel, habe dann herausgefunden, oh, dieser Post hier hatte irgendwie 10.000 Impressionen, ich glaube, es war mein allererster Post mit 10.000 Impressionen, wo ich über Fehler bei Untertiteln geredet habe. Okay, und dann habe ich gemerkt, okay, die Hook-Untertitel sind sexy, Untertitel schaffen Aufmerksamkeit für deine Videos auf LinkedIn. Diese Kombination funktioniert irgendwie. Was habe ich dann gemacht? Okay, ich habe nochmal einen weiteren Untertitel-Guide gemacht, aber mit dem Fokus Netflix, weil es gibt zum Beispiel so einen Netflix-Guide, wie man Untertitel machen kann. Habe aber wieder das Trigger-Wort sexy mit reingebracht, habe dann wieder gemerkt, jawohl, dieser Post hat auch schon wieder auf einmal 10.000 Impressionen gehabt, ich glaube in dem Fall sogar fast 20.000. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe das als Slideshow gemacht und anderthalb Jahre später habe ich genau den gleichen Inhalt nochmal gebracht, aber einfach als Infografik. Also der gleiche Inhalt, aber präsentiert anderer Form. Und der hat jetzt in diesem Fall auch wieder an die 18.000 Impressionen gebracht. Ich habe das dann nochmal gepostet, zwei Monate später, exakt die gleiche Grafik, weil hier ist noch ein Rechtschreibfehler drin, auch nochmal 10.000 Impressionen. Okay, vergesst nicht, dass recycelter Content nicht schlecht für eure Reichweite ist, weil, warum funktioniert das gut? Es können einfach nicht per se alle immer euren Content gesehen haben. Okay, und selbst die Leute, die den Post schon mal gesehen haben, entweder kommentieren die, hey, das habe ich doch schon mal gesehen, das bringt auch wieder mehr Reichweite, oder die sagen, ah, ist ein guter Reminder, schaue ich mir nochmal an. Ich würde das nicht jeden Tag den gleichen Post machen, aber alle paar Monate Post recyceln, vielleicht in eine andere Form bringen, ist auf jeden Fall das, was ihr auf dem Schirm haben solltet. Guckt, funktioniert ein bestimmtes Thema gut, eine bestimmte Formulierung, ein bestimmtes Visual, ein bestimmtes Bild. Und kann ich das immer wieder verwenden, sodass Leute mir wieder Reichweite schenken. So, das heißt, deine Steps, um das für dich anzuwenden, schau dir an, was sind deine Best Performer. Das heißt, geh in deine LinkedIn Analytics oder wenn du schon auf Twitter oder auf TikTok oder auf YouTube aktiv warst, was hat die meisten Views, sortier danach und schau, wie kannst du diese Inhalte, diese Learnings daraus in neue Formate pressen. Kannst du eine Slideshow zu einer Infografik machen, kannst du einen Textpost zu einer Slideshow machen, kannst du einen Videobeitrag zu einer Textmessage machen, okay. Alles ist möglich. Du weißt, dass eine Message oder ein Thema gut funktioniert. Nutze das immer und immer wieder. Das habe ich zum Beispiel auch bei Weg Nummer 8 gemacht und zwar mutig Antimeinung sagen. Dort habe ich dann nämlich gemerkt, dass ich, wenn ich mit einer bestimmten Hook immer in einen Posting reingehe, dass das richtig gut funktioniert. Und zwar die Kombination aus Sorry LinkedIn, aber und dann das Teilen einer Antimeinung hat richtig gut funktioniert. Also hier zum Beispiel Sorry LinkedIn, aber es ist übelst arrogant zu sagen, Qualität vor Quantität. Dann mit einem Beitragstext dazu wieder, ich habe die Hook validiert, ich zeige euch die Impression, dass ich Ahnung habe, schaue bedrückt in die Kamera oder zweifeln. Sorry LinkedIn, aber das ist einfach arrogant. Das erweckt einfach Neugierde, dass man quasi meine Meinung sich anhören muss. Okay, dieser Post hatte dann 33.000 Impressionen. Schon mal erster guter Aufhänger. Und dann auch wieder gemerkt, bei Sorry LinkedIn, aber ein Ghostwriter macht eine Personal Brand nicht unauthentisch. Okay, hat auch wieder 22.000 Impressionen gehabt oder als drittes hier Sorry LinkedIn, aber es ist übelst arrogant zu sagen, ja, gleich hoch wie beim ersten Mal, Neukunden sind besser als Klicks. Gleiches Formular, Logo mit reingemacht, die Impressionen, diesmal aber quasi ein Kundenbeispiel genommen, in den Farben von LinkedIn, guter Kontrast, 24.000 Impressionen. Ich habe geguckt, was funktioniert, das Thema, ja, und habe es wieder, habe es, ich habe es immer wieder benutzt, habe aber halt eben auch gemerkt, okay, wenn ich mich traue, als jemand aus der Social Media Branche eine Antimeinigung zu vertreten, dann können Leute eigentlich gar nicht anders, als zu denken, boah, der schwimmt ja irgendwie gegen den Strom, da höre ich doch mal zumindest erst mal zu. Und wenn ich das auch noch halbwegs gut argumentiere, dann bleibe ich in Erinnerung, als jemand, der sein Follow verdient hat, weil man denkt, boah, da ist jemand, da sehe ich nochmal Content oder Meinungen, die ich nicht irgendwo anders immer und immer wieder serviert bekomme. Und natürlich, wenn du ein bisschen kontrovers bist, aus der Masse hervorsteckst und damit fein bist, dann sorgt das für Kommentare und auch wieder Reichweite und dementsprechend neue Follower von Leuten, die das einfach interessant finden, wenn jemand so ein, ja, so eine Antimeinung hat in irgendeiner Art und Weise. Deswegen meine Empfehlung an dich, schau, für welche Aussagen bist du in deiner Branche eigentlich belächelt. Obwohl du eigentlich zu 100% dahinter stehst und sagst auch, ey, ich habe kein Problem damit öffentlich in die Diskussion zu treten oder auch Angriffsfläche zu bieten. Ja, du wirst auch Follower damit verlieren, aber du gewinnst auch Follower, die dann deiner Meinung sind oder es respektieren, dass du eben deine Meinung ehrlich teilst. Und das ist richtig viel wert und macht deine Follower noch relevanter. Deswegen sei bereit für Diskussionen, scheu dich nicht, mal ein paar Antimeinungen zu vertreten und genieße die Reichweite. Weg Nummer 9. Und das ist wirklich jetzt ein bisschen, ein bisschen dreist, aber jetzt auch kein Beispiel gerade per se. Ich kann es euch nur aus der Erfahrung erzählen und zwar zum Folgen auffordern bei anderen. Ich erinnere mich da ganz gerne und zwar hatte ich durch meine LinkedIn Personal Brand, ja, hatte ich das große Privileg, dass ich bei dem OMR Education Podcast bei Rolf Herrmann zu Gast sein durfte, letztes Jahr im Juli, 2023 im Juli. Darauf folgend wurde ich dann von denen gefragt, ob ich dann Teil eines kostenlosen Online-Seminars sein möchte, zusammen mit Canon zusammen. Das heißt, es war dann so, dass OMR Education ein Online-Seminar, ein einstündiges Online-Seminar mit Werbebudget beballert hat, wo ich dann eine Stunde lang erzählen durfte, wie man effiziente Content erstellt. Okay? Das waren dann irgendwie so 4.000 Anmeldungen und 1.300 bis 1.500 Leute durchgehend live dabei. Okay? Und das sind alles Leute, die kamen rein durch Instagram, durch LinkedIn, durch Facebook-Werbung, ja? Aber Leute, die vielleicht auch gar nicht noch nie auf LinkedIn waren oder sehr selten auf LinkedIn sind. Also ganz viele, die noch nicht von mir gehört haben. Und ich habe dann einfach dreist die Chance ergriffen und habe dann, während mir 1.300 Leute an den Lippen kleben, gesagt, hey, folgt mir jetzt auf LinkedIn. Und ich hatte zack, innerhalb von 2 Minuten 2-300 neue LinkedIn-Follower. Okay? Das bedeutet, allein dieses Auffordern kann manchmal schon dieses bisschen sein, was hilft bei der Überwindung, dass Leute euch auch wirklich folgen. Das bedeutet, wenn ihr in einem Live-Webinar seid, ihr seid auf irgendeiner Bühne unterwegs, ja? Auch selbst, wenn ihr in so einem kleinen Vortragsraum seid und euch 20 Leute zuhören, macht die Aufforderung, dass ihr gefolgt werden solltet, euch gefolgt werden solltet bei LinkedIn. Das alleine bringt voll den Boost, glaubt mir. Das Ganze mache ich dann auch, wenn ich irgendwie bei Bühnenauftritten bin oder so. Und im besten Fall, das ist mein Tipp, gebt irgendwie noch einen Anreiz zum Folgen. Also entweder sagt ihr, jeder, der mir folgt, bekommt dann nochmal eine PDF-Zusammenfassung. Oder wenn ihr mir folgt, bekommt ihr dann die CapCut-Masterclass zugeschickt. Oder nochmal irgendwie ein One-on-One-Gespräch in irgendeiner Art und Weise. Also da gibt es echt eine ganze Menge, was ihr noch als Anreiz geben könnt, wenn ihr sagt. Oder ihr sagt einfach, folgt mir, weil ich veröffentliche in den nächsten zwei Wochen auf LinkedIn. Und das ist dann mega relevant zu dem, weshalb mich die Leute jetzt gerade auf der Bühne, im Podcast oder im Webinar zuhören. Deswegen, Weg Nummer 9, folgt Leuten in anderen Szenarien, in Offline-Szenarien oder in Webinaren oder wo auch immer ihr eingeladen seid oder irgendeinem Podcast einfach dazu auf. Und auch allgemein kann ich euch sagen, wenn ihr einen Post dazu auffordert oder in eurem Profil, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass mehr Leute zu Follower kommentieren, als wenn sie einfach nur euren Post sehen und euch dann wieder vergessen. Jetzt geht es wirklich rund. Und zwar Weg Nummer 10, Anlässe hacken. Was meine ich damit? Ich habe euch da zwei Beispiele mitgebracht. Nummer 1, habe ich mir gedacht, vor einem Jahr, als ich 27 geworden bin, was macht man so zu einem Geburtstag? Zu einem Geburtstag bekommt man immer Kommentare. Da bekommt man Nachrichten, wo Leute sagen, alles Gute zum Geburtstag. Ist mir persönlich nicht so wichtig, aber ich dachte mir, wie könnte ich das nutzen für mehr LinkedIn-Reichweite? Ich wusste, wenn ich irgendwie einen Post mache, worüber kommt, hey, ich habe Geburtstag, habe ich schon mal all die ganzen Kommentare safe, wo Leute mir gratulieren. Kommentare, mehr Reichweite, mehr Follower. Das heißt, Aufmerksamkeit kriege ich schon mal. Wie kann ich das jetzt kombinieren, damit noch ein Mehrwert dahinter ist? Okay, ich überlege mir, in meinen 27 Jahren, was habe ich dort alles gelernt oder was sind so Live-Lessens, die ich irgendwie teilen möchte? Und habe dann quasi so ein riesiges Mehrwert-Listicle an Live-Wisdom, was auch immer man mit 27 haben kann, in so ein 27 Part da reingepresst. Und Leute fanden das dann anscheinend inspirierend, unterhaltend. Und das waren meist auch noch so Kalendersprüche-mäßige, die ich aber zumindest auch, die ich auch gefühlt habe, muss ich ehrlich sagen. Und dieser Post hat dann für über 50.000 Impressionen gesorgt, obwohl es, naja, Content ist, der nicht wirklich was mit meinem Fachcontent zu tun hat. Aber ich habe dort unter anderem dann auch Werbung reingebracht, wo ich gesagt habe, hier, auch wenn alle sagen, Franz, du bist mit 7.000 Euro pro Monat für deinen TikTok-Full-Service zu teuer, weißt du, dass du eigentlich zu billig bist? Also ich habe dann auch noch mal Werbung reingepresst. Und weil es eben nur ein kleiner Teil ist von diesen 27 Parts, wird es auch nicht negativ aufgefasst. Okay? Aber es wurde dann auf einmal wieder dann relevant für den Content beziehungsweise für mich. Das heißt, Leute haben mir dann gefolgt, entweder weil sie Teil meiner Selbstständigkeits-Journey sein wollten oder weil sie irgendwie anders einen coolen Bezug zu meiner Persönlichkeit dann haben. Und das reicht mir dann als relevanter Follower. Deswegen, so ein Anlass, wie einen Geburtstag zu hacken, ist richtig, richtig cool. Oder, wenn alle da in der Branche zum Beispiel gerade über die OMR reden und dann irgendwie Ankündigungsgrafiken machen, die so aussieht, als wäre sie so halb offiziell, warum dann nicht mal so eine Ankündigungsgrafik machen, die so aussieht, wie mit Word 2000 erstellt und sich dann ein bisschen darüber lustig machen und einen kleinen Fashion-Text dazu machen und dadurch dann über 30.000 Impressionen generieren, wo Leute einfach denken, ach, das ist ein Lustiger auf einer Business-Plattform, den folge ich doch mal. Anlass, OMR, ausnutzen, etwas machen, was der Normalo, LinkedIn-User oder Content-Treator so eben nicht machen. Deswegen meine Empfehlung, nutzt Anlässe, okay, liefert dann im besten Fall auch noch Mehrwert in einer Art und Weise, also Lessons, inspiriert, seid hilfreich oder seid einfach lustig, sodass die Leute euch gar nicht anders können, als zu folgen. Was kann das noch alles sein? Du kannst gucken, welche Termine in deinem Netzwerk sind da mega relevant, also sind es irgendwelche Konferenzen, gibt es irgendwie, ist irgendwie gerade Weihnachten, schreiben gerade alle fröhliches Neues, schreiben alle Tag der Arbeit oder was auch immer oder gibt es zum Beispiel ein Event, wie du hast 10.000 Follower, 1.000 Follower, 100 Follower geknackt in irgendeiner Art und Weise und zelebrierst das Ganze und kannst dann quasi ausnutzen, weil du weißt, alle Leute schreiben dir alles Gute zum neuen Job, alles Gute zur Umsatzgrenze, alles Gute zum Book Release, kannst es irgendwie noch kombinieren mit einem zweiten Part, so dass die Leute nicht anders können, als dran hängen zu bleiben. Wie kannst du diesen Anlass anders bespielen, als alle anderen in deiner Branche? Mach dir Gedanken und du wirst merken, mit nur ein bisschen mehr Aufwand wirst du aus der Masse hervorstechen. Bevor ich jetzt zum letzten Punkt komme, möchte ich nochmal darauf hinweisen, folgt mir gerne auf YouTube für mehr Masterclass, für mehr Premium-Gratis-Masterclasses wie diese. Auf meinem Kanal findest du bisher schon Masterclasses, wie man mit CapCut richtig gute TikToks schneiden kann, auch mega relevant, wenn du auf LinkedIn demnächst Videos rausballern möchtest, wenn dort das Video-Feed erscheint, vielleicht ist es auch schon draußen, wenn du diese Videos siehst oder ich habe dort auch meine verbotene OMR-Masterclass, wo ich darüber rede, wie man effizienter Content erstellt. Ansonsten folge mir auch einfach bei LinkedIn, wenn du irgendwelche Fragen hast oder sag mir in den Kommentaren Bescheid, wenn du irgendwas nicht verstanden hast und nochmal Support brauchst. Du findest in der Beschreibung auch einen Link zu meinen Workshops, wenn du sagst, hey, wir sind in unserem Unternehmen ganz gut aufgestellt, aber wir bräuchten nochmal ein paar weitere Impulse, wie wir entweder unseren Content bei LinkedIn, bei TikTok, bei YouTube effizienter produzieren, viraler machen, wir wollen die Abläufe schneller hinbekommen, wir wollen eine Schulung haben im Thema Werbetexten, one-on-one mit deinem Feedback, Franz, das könnten wir uns richtig gut vorstellen. Wenn das für dich vom Interesse ist, dann check mal den Link in der Beschreibung aus und ich sag nochmal ganz gerne, buch dir dort dein Vorabgespräch für den besten Tag deines Lebens, 24 Stunden mit Franz Wegner. So, und jetzt kommen wir zu Weg Nummer 11 und das war wirklich recent. Das war ein absoluter Follower-Gönner. Und ich habe die beiden Punkte auch gerade schon angesprochen und das ist auch das, wie eventuell du auf dieses Video aufmerksam geworden bist und zwar einen Follower-Lead-Magnet bauen. Was meine ich damit? Ich habe gerade schon die CapCard-Masterclass angesprochen und das war dann auch wie hier so ein ewig langes Video, wo ich so einen kompletten Guide gemacht habe, den andere sonst hinter so einen Bezahlkurs geschickt hätten, ja, oder wo sie sonst eine Bezahlschranke davor gepackt hätten und hunderte, tausend Euro dafür verlangt hätten oder in ein Seminar gepackt haben, was man nur vor Ort bekommt. Was man aber machen kann, man kann das Ganze, man kann etwas so Wertvolles erstellen, dass die Leute bereit sind, dir irgendwas dafür zu geben. Ich weiß zum Beispiel, meine Follower sind im Social-Media-Bereich und viele wollen mehr Videokontent produzieren und ein Weg dafür ist CapCard. Alle fragen mich immer, Franz, hast du Tipps zum Thema CapCard? Also gebe ich denen die Komplettlösung. Das wäre normalerweise etwas, was Leute bauen, um damit zum Beispiel einen E-Mail-Sign-Up zu bekommen, also ein E-Mail-Adresse einzusammeln, damit sie dich dann im Newsletter haben. Okay? Du kannst aber das Gleiche nutzen für den Aufbau deiner LinkedIn-Follower. Das heißt, du präsentierst diese Masterclass oder dieses Video oder diese PDF oder diese Liste, was auch immer, das allerheiligste Mittel und das Einzige, was die Leute tun müssen, ist dir kein Geld zu geben, sondern dir nur zu folgen und einen Kommentar zu schreiben. Das ist doch richtig guter Deal, oder? Das heißt, in diesem Fall habe ich dir diese TikTok-Masterclass angekündigt, habe gesagt, ich verschenke meine TikTok-Masterclass mit einem fetten Wertversprechen, was dort alles enthalten ist, mit einer Anleitung, was zu tun ist. Vorher stand hier, dass sie dann den Link per Nachricht bekommen und ich habe dann hier über tausend Kommentare, über tausend Reaktionen und über 110.000 Impressionen gesammelt, meinen bester Post aller Zeiten und habe dann, Achtung, allen manuell diesen Link geschickt und dann auch noch für Dankbarkeit gesorgt, weil das Gefühl halt da war, ich habe denen was unter verdeckter Hand irgendwie geschickt, okay? Das heißt, boah, danke Franz, dass du mir diese Premium-Masterclass noch geschickt hast. Und das Coole ist, es sorgt eben nicht nur dafür, dass du einen Follower hast, es ist dann auch noch ein vertrauensaufbauender Follower, weil diese Leute sich ja dann ein 50-Ein-Stunden-Video, was auch immer, von mir anschauen und dann nochmal eine Stunde noch mehr von meiner Expertise überzeugt werden, okay? Also ich würde hier dann auch immer aus meiner Sicht bevorzugen, Videocontent zu machen, weil das eine vertrauensbildende Maßnahme ist, würdest du nämlich jetzt hier nur anfangen und irgendeine Liste einfach nur publishen von 100 Tools, die dein Leben einfacher machen, dann bekommen die Leute die Liste und haben dich sofort wieder vergessen und du hast nur Freebie-Hunter in deine LinkedIn-Follower und ich habe genau das Gleiche nochmal gemacht mit meiner OMR-Masterclass, habe die versucht, so nice wie möglich nach dem YouTube-Thumbnail-Prinzipien zu vermarkten, habe mir so ein bisschen das Brand-Design geklaut, so ein bisschen das Brand-Design geklaut von so einem YouTube-Upload vor auf dem OMR-Kanal, habe gesagt, hey, ich habe meine eigene Masterclass gehalten, ja, die wollten mich hier nicht zulassen, habe gesagt, boah, dieses Video ist ungelistet, aber du bekommst den Link und das Einzige, was du machen musst, ist mir ein Follower dazu lassen und zu kommentieren und dann habe ich den dazu geschickt und auch hier wieder einfach an die 50.000 Impressionen und diese beiden Posts haben in einem Monat für jetzt über 2.000 Followern von diesen 11.000 Followern gesorgt. Das ist absoluter Wahnsinn und wie gesagt, natürlich sind das jetzt nicht Leute, die aus kompletter Überzeugung da sind, sondern irgendwas im Gegenzug haben wollen, aber sie sind in meinem Themenbereich, haben mein Gesicht schon mal gesehen und im besten Fall haben sie sich das Video auch zumindest kurz angeschaut und wurden dann mit meiner Person auch nochmal vertraut. Das heißt, das funktioniert so gut durch die ganzen Kommentare, die bevorzugt werden. Also die Leute müssen einen Kommentar schreiben, das heißt, sie sharen das sozusagen mit ihrem Netzwerk. Es gibt Social Proof, dass ganz viele andere Leute das haben wollen, das heißt, man bekommt auch noch FOMO, Fear of Missing Out. Alle anderen Leute haben diese Masterclass, aber ich nicht. Dann wird Dankbarkeit erzeugt, weil du eben das Video privat zusendest. Ertrauen wird nochmal aufgebaut, weil du eben durch das Longform Video, durch das lange Video einfach nochmal deine Expertise beweist und im besten Fall kannst du nochmal Dankbarkeit aufbauen, indem du in der Beschreibung zum Beispiel eine PDF-Zusammenfassung wie bei diesem Video einfach verlinkst, sodass die Leute sagen, ich habe keine Zeit für die 50 Minuten. Boah, der Franz hat aber sich die Mühe gemacht, mir eine PDF-Zusammenfassung zu machen. Boah, ist das cool. Meine Empfehlung an dich, wenn du das genauso machen möchtest, überlege dir, erstmal hast du vielleicht schon Lead-Magneten erstellt in der Vergangenheit für den Newsletter oder hast du eine Checkliste intern irgendwie erstellt, die du ein bisschen aufpäppeln kannst und dann verschenken kannst. Was wäre für deinen potenziellen Zuschauerrahmen mega interessant, wofür andere normalerweise Geld verlangen würden und hau das einfach for free raus. Verlange den Kommentar in den Post, verlange den Follower in den Post und dann sende den Leuten das manuell zu. Achtung, poste das nicht und sende dann hunderte, hundertfünfzig, zweihundert Nachrichten auf einmal. LinkedIn wird dich dann sofort wegbannen oder zumindest temporär bannen. Es gibt leider keine gute Automatisierungsmöglichkeit dafür, die so richtig offiziell anerkannt ist. Ich mache zum Beispiel so Timer alle zwei Stunden stellen und dann 30 bis 40 neuen Leuten wieder diesen Link schicken. Es ist mega nervig, aber es hat eben auch für 2000 von 11.000 Followern den letzten Monat einfach nur gesorgt und deswegen absoluter Game Changer. Wir probieren und experimentieren demnächst auch noch mit anderen Wegen, um das irgendwie so halb zu automatisieren, aber dort sind unsere Testings noch nicht durch, dass ich hier von guten Learnings berichten kann. Ich halte euch da auf den Laufenden, überlege, kriegt ihr eine PDF, einen Videokurs, bekommt ihr vielleicht auch einfach einen One-on-One Coaching-Call, könnt ihr den verschenken, könnt ihr Bücher verschenken, was könnt ihr verschenken, dass der User sagt, boah, das ist so mehr wert, das bekomme ich gerade und das Einzige, was ich machen muss, ist auch Follow zu drücken, boah, crazy. Lead-Magneten von Follow-Aufbau in Deutschland immer noch absolut underrated und am Ende kommt es eh darauf an, ob der Inhalt richtig gut ist. Das waren meine 11 Möglichkeiten, die vielleicht nicht jeder andere so macht auf LinkedIn, wie ich es geschafft habe, in knapp zwei Jahren auf 11.000 Follower auf LinkedIn zu kommen. Am Ende möchte ich sagen, probiere deine Content-Form aus. Welche Content-Form kannst du nutzen, die du auch wirklich regelmäßig raushauen kannst? Schaffst du drei Post-Ivo, schaffst du ein Post-Ivo, schaffst du ein Post im Monat? Egal, Hauptsache regelmäßig und dass du mehrere Learnings ziehen kannst aus mehreren Content-Formaten und dann siehst, ah ja, ich fühle mich wohler vor der Kamera, ah ja, ich mache gerne mehr Slide-Shows, ah ja, ich bin vielleicht eher der Schüchterner und mache dann jeweils Textbeiträge. Alles kann funktionieren. Fokussiere dich darauf, Sachen zu vereinfachen, hilfreich zu sein, ja, zu veranschaulichen, immer wieder zu iterieren, was kann ich noch besser machen und höre besonders auch das Feedback, was bei den Leuten gut ankommt. Die Follower kommen dann ganz von alleine. Bleib dran, denk nicht in zwei, drei Posts, denk nicht in einen Monat, denk in Jahren um den Hunderten von Postings und ziehe dann dein Fazit und dann wirst du sehen, dass die Follower, die Mitarbeiter, die Kunden, die Connections von ganz alleine kommen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war die 11.000 LinkedIn Follower Masterclass. Ich freue mich über dein Abo, über deine Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.